Für diesen Spruch gab es für TV-Moderator Hinerg Baumgarten, das Bildschirmverbot. Am 26. Mai unterstützte der 50-Jährige seine Kollegin Heike Götz, 54, bei der Live-Sendung Landpartiespezial des Norddeutschen Rundfunks NDR in Ratzeburg und leistete sich dabei eine verbale Entgleisung. Erfahren Sie mit Bild, was der Moderator sagte und welche Konsequenzen seine Äußerung für ihn hatte.